Willkommen zu einer weiteren Aufnahme in Minecraft mit Marcy, Schoenwer, Blacky und mir, dem Tam. Ich glaube, der Marcy mag das nicht. Der ist schüchtern. Das stimmt aber auch. Der hat mal ne... Ist egal. Ja, guck mal, du glaubst es dir selber nicht machen. Ja, der... Das würde ich so nicht sagen. Ich bin der Lord sehr treu. So, Blacky, glaubst du? Wo? Ja, ich bin hier. Wo? Ja, finde mich, der Christoph, den Eimer. Sonst nicht. Ich hab zwei Zombies-Spawner, wenn du die findest. Der Eimer liegt vor mir. Wer hat eigentlich den Gast in Arrowbase-Storm geparkt? Ich. Dachte ich mir. Wie hast du das gemacht? Also, finde mich, der Christoph, den Eimer. Weißt du, was du gecheatet hast damals? Ja, ich such dich, warte. Interessant. Ja, weil man... Weil... ...Walky durfte ja... ...drei schon. Dann hat er sich einen Spawner eingeholt. Vermutlich. Ich würde das ja jetzt sanktionieren. Ja, normalerweise... ...hat gearbeitet im Haus, ne? Ich mach nix. Ja. Denk dir an, du hast mitgeholfen. Niemals. Okay. Blanky, wenn du dir helfen, guck dir die noch mal an. Finde die zwei Zombies-Spawner. Und dann kriegst du noch mehr Eimer von ihm. Und seine gesamte Rüstung. Ich hab die eh auch aufgestellt, wo's hell ist, von daher. Warum hast du jetzt die Zombies, Ding? Die sind offen, doch. Ja, dann kriegst du dich dann einmal. Mach die Zombies weg, dann kriegst du dann einmal wieder. Ich bin ja schon weg, weil ich mehr was bringe. Hey, du, dein Eimer ist doch hier. Und ich muss pissen. Dann musst du weggehen in die Lande der Ocelan-Schüssel. Ich glaube, ja, gar nicht. Wie schon wer in seiner Prophezeiung sagte, und es sprach die Schüssel. Scheiße, die Spoiler sind eben da. Warum? Die kannst du auch selbst wegmachen. Und schon wer sprach, leck mich am Arsch, ich scheiße wann ich will. Jetzt gibt es erst mal Racklet. Racklet. Ich stelle mich jetzt in meinen Shop und er sah, dass es gut war. Wie wahrscheinlich, dass ich dich in Sunshine besiege. Ähm. Ja. Oh mein Gott, du hast die wirklich hier. Was? Können wir was tun, Jackie? Zombies? Ja. Nicht, wenn es hell genug ist. Okay, müssen. Wenn es steht aus. Ich gehe das nicht, das geht nicht. You don't know have to tool. Ah. Du musst es mit einer Spitzhacke abbauen, die keine Behutsamkeit hat. Weil, worauf ein Bauer ist. Das ist falsch. Ich habe es so. Okay, ich habe es so. Okay, ich will beantworten meine Fragen. Ja. Welche Fragen? Es ist, denkst du, jetzt mal wirklich 100% ehrlich, denkst du, dass ich dich in Sunshine besiegen könnte? Ja, klar. Guck dir den hässlichen Pop-Tor an. Nein. Ich will jetzt mal ehrlich wissen. Ich sagte nein. Oh, du bist so ein fieser Mensch. Du schon, wenn ich will eine ehrliche Antwort. Das ist da ja, du Hure. Er glaubt einfach nicht, dass ich ihn besiege. Aber so schöner wäre, so schöner ist es, wenn ich ihn besiege. Das stimmt. So schön ich bin. Nein, so schöner wäre es, wenn ich ihn besiegen würde. Oh. Und schon, wenn er denn so staunt, dann kann es sich glauben, dass ich ihn besiege. Was ist das? Das ist die Nacht. Nein, dieser Block, der aussieht wie... Schoberto. 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 Warum du verratet Familie? Annobiliere nicht. Schwächelt jetzt mit einer Antwort vielleicht gedacht, aber... Was du so antwortest, finde ich auch nicht okay. Nee, scheiße, finde ich, oder? Richtig unfair, was du machst. Dass der einfach meint, dass Massi so scheiße ist in Sunshine. Genau, das hat er nämlich gesagt. Doch, das hat er so gut gehört. Ja, ich habe es auch so verstanden. Ja, das habe ich auch so verstanden. Habe ich doch, oder? Ja, sowieso. Der hat sogar gesagt, dass Blacky dich in Sunshine besiegen würde. Und da hört es für mich auf. Das ist schon zu viel. Ich kann nicht glauben, was das schon mehr geworden ist. Der war mal so ein netter Bursche. Ach, du glaubst gar nicht, damals die Zeiten, die ändern sich immer. Dann kamen das Koks und die Nutten. Hallo. Hallo. Wir haben das Termin. Ich bin schwer. Nein. Das Leben verändert sich. Ich schreibe mir gerade Dinge auf. Schwer, wo bist du? Was schreibst du dir für Dinge auf? Was? Der ist schwer verändert sich. Oh, Scharffarm. Scharffarm. Servia, du gibst mir doch recht, ne? Ja, ja, wobei denn? Ja, einfach so. Ja, fast schon. Ja. Also, wirst du passen. Ist Masi jetzt tot wegen den Zombies? Nein. Oh. Hat er abgebaut. Aber ich hab die jetzt. Und jetzt? Jetzt freu ich die irgendwo. Wow. Ich hab mehr. Ich hab mehr. Also, wenn ich die irgendwo im Haus platziere, wo die keiner sieht. Oh. Machen die irgendwas? Ja, das wurden halt Zombies. Oh. Ich weiß überhaupt, was Spawner heißt. Ja, dass die immer wieder auftauchen. Nein. Das ist nicht die Übersetzung von dem Wort. Ja, Black, was sind die Übersetzung von dem Wort? Penis. Das ist fast richtig. Ja. Den von mir, nee, 6 Minus. Das wird nicht schon wieder fast zu viel. Violett. Und die und schwer, und die und schwer, mögen sich ganz doll sehr. Und 65. Sehr, sehr, sehr. Schon mehr, du hast noch mal in einer WG gelebt. Gratt. Hat er das? Als Ratte in der Wand. Und niemand hat's bemerkt. Nein, jetzt wirklich? Hat er wirklich nur in einer WG gelebt? Ich glaub schon, weil der nicht so richtig war wollte. Ja, in einer WG mit zwei anderen. Mit seiner Oma und seinem Opa. Ach so. Violett. Das ist eine WG. Die WG. WGs sind scheiße. Macht das nicht gut. Nee, die WGs sind nur scheiße, wenn du nicht mit deiner Oma die gut kochen kannst in der WG-Bord. Ja. Ich war mal mit sieben Behindys in einer WG und die haben immer die Wand angekackt und das nicht sauberer gemacht. Das war geil. Schönes Leben. Ja. Naja, ich hab die dann so genervt, dass ich mir eine eigene Wohnung gegeben hab. Das ist so nett. Skills. Du hast einfach noch fester gekackt als alle anderen. Nein, ich bin nie zum Essen gekommen. Oh nein. Ja gut, dann würde der Hund die von seiner Familie auch rausgeworfen werden. Das stimmt schon. Ich kann nicht essen, wenn Leute mich angucken. What? Und ich kann nicht essen, wenn ich nicht Fernsehen gucken darf. What? Ich kann auch nicht essen, wenn mich Leute dabei beobachten. Wenn mich Leute beobachten, kann ich dabei nur scheißen. Du isst eh nix. Ja, siehst du warum? Weil die Leute die ganze Zeit nur... Ja eben, die soll dich verpissen, Mann. Das ist ein bisschen Privatsphäre, ey. Wo ist der Harald hin? Aha. Dann kannst du nicht schlafen. Dann kannst du auch nicht schlafen, wenn Leute dich angucken. Ja, da kann ich auch nicht schlafen. Nee, ich bezahle mal jemanden, was er mich anguckt, dass ich einschlafen kann. Ach so. Ja, das macht man schon. Wann ist das schwer? Ja, das macht er. Nee, schon, wer bezahle ich dann nicht. Boah, der verlangt ziemlich viel Preise. Der ist aber auch ein professioneller Angucker. Professioneller? Das hat er schon als Baby gelernt, weißt du? Dieses Professioneller? Da habe ich schon geguckt. Der hat geguckt wie ein Großer. Das ist schwer. Schwer ist der Professioneller. Schwer, gib mal ein Eimer. Man nennt schon, wer auch manchmal El Profesorrente. Weil er eine Ente ist. Oh, El Professioneller. Das ist mal schwer, ey. Ja, echt schwer. Ich muss mich heute so runter machen, dass ich schon... Ja, warum machst du mal so runter? Du bist voll der Arschlucht geworden. Ja, irgendwie ja, heute. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Ich würde das gut, dass du schon wieder das wissig machen wirst. Ich weiß, was wir machen. Wir platzieren um Arsis zu uns ganz viele Schildkröten, naja. Die schlüpfen aber nicht, oder? Nee. Willst du ja nicht auf Sand sein? Schwer. Zu platzieren, ich glaub schon. Ich weiß auch nicht. Aber dann rennen die Zombies alle hin und dann hat er so eine Zombie-Ambä um sein Haus. Wieso soll die Zombies zu den Schildkröten kommen? Ich hab ganz viele Schildkröten, naja, weil Schnelli... Aber warum soll ich die bei mir platzieren? Nee, du sollst die ja nicht platzieren, das mach ich. Aber warum? Warum nicht? Warum? Warum? Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum Zombies zu Schildkröten kommen sollten. Oh, fragschwer. Schon wer? Ah? Warum? Warum, Machi? Bei die... Kröt, Kröt, Kröt. Weil die Zombies keine Schildkröten mögen. Oh, weil das miese Ficker sind. Schildkrötene... Oh, cool. Oh, soll ich mal gucken? Oh, soll ich mal gucken? Au! Ja, au! Yippie! Kann ich diese Lama oder diese Eka damit nehmen? Mario! Was? Ja, alles gut. Ich glaube, ich muss. Ma, 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 Mario! Da steckt sich heute nicht sehr gerne in die Pau. Uh! Kennst du Super Mario Maker? Mario Maker? Mario Maker? Ja, na klar. Mario Maker. Hab ich nur gefunden. Ich bin ja richtig geil! Mario Maker mehr, gar nicht mehr. Weiß was? Aber ihr habt es auch gar nicht gespielt, so richtig, ne? Ne hab ich nicht. Mario Maker. Ne, schon hat mir hat irgendwann aufgehört, mir dauernd Level in den rauszuschieben. Hab ich gesagt... Schwer, ich werde ja erst, wenn wir gemacht so richtig fleißig sind, dann hat er irgendwann aufgehört. Ja. Ja. fast nie was gemacht ich habe ich musste aber von anfang an dass ich da einfach eine gewisse zeit reinstecken habe ich gar kein bock ja das ist recht normal ich habe genug gespielt um zu sagen es hat sich gelohnt ich auch noch mal rein und sagt das spiel und dann schlägt man sich eigentlich einfrieren lassen ja ich meine was neu ist so kommt ja ein erster aus das zog ich mir vielleicht für sechs euro sechs euro okay tschüss das war ein feier deswegen ist ich bin auch da ich hab mir gehört und jeder der was dagegen sagt hat wohl keine ahnung nein was ich sagen wollte was ob noch irgendwas spannendes so anfängt oder so zu spielen wie die stream nur langweilige scheiße wie immer vermutlich im wahr so